hallo ihr menschen da draußen da ihr euch wahrscheinlich jetzt schon gewundert habt wo die neuen videos bleiben ich hatte es ja schon kurz in die kommentare und vom letzten video geschrieben und angepinnt aber ich muss das noch mal kurz aktualisieren und zwar hat jetzt letztes wochenende den den dunkelbrühe jetzt auch umgehauen also ich hatte ja schon geschrieben dass ich krank geworden bin habe am wochenende mit fieber am bett gelegen und ja jetzt hat sich noch mal zu einer schönen hustenreichen und schniefreichen erkältung ausgebaut und genau das und ja den dunkelbrühe habe ich auch gleich noch angesteckt der liegt auch gerade im bett und ja ist am auskurieren daher nur dass ihr euch nicht wundert warum gerade keine neuen videos kommen wir haben halt eigentlich schon welche aufgenommen gehabt die auch ein bisschen verschnieft sind und so ist jetzt nichts schönstes habe versucht es in grenzen zu halten aber bei nächster gelegenheit werde ich die dann hochladen sobald ich wieder irgendwie ja mehr als mal 100 meter aus dem haus gehen kann ohne gleich irgendwie dass der kreislauf dann sagt ja auch kein bock mehr kommt alle wieder und ja dann werde ich die bei nächster gelegenheit hochladen damit ihr wieder schön neue videos habt und ja also nur dass ihr euch nicht wundert und denkt und jetzt kommt wieder nichts mehr doch da kommt noch was da geht es auf jeden fall weiter nur jetzt gerade eben krankheitsphase da konnten wir jetzt leider nichts machen um das irgendwie abzuwenden aber wir sind ja nicht die einzigen so wie ich gehört habe da sind ja doch einige gerade irgendwie am flach fallen bei dem schönen wetter draußen naja geht so genau also dass ihr euch nicht wundert geht in kürze weiter und dann sind wir hoffentlich auch bald wieder gesund bis dahin erstmal tschüss